Hey, 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 ich werd euch mal was faxen, ich habe Bock auf Katzen, auf Mietzen, auf Matratzen, ich würde sie gern schmatzen und dann ne Runde ratzen, zum Frühstück gibt es Spatzen, die haben keine Katzen und keine blöden Fratzen und können mich nicht kratzen wie die verdammten Katzen. Was ist? Was machst du da? Ich rappe hier tierisch abkumpel, das war der Katzenschmatzer-Rap. Niemand isst zum Frühstück Spatzen und Katzen haben keine blöden Fratzen. Ey, das war ein Rap, das ist sowas wie moderne Lyrik. Was hältst du von Sexpartnern aus fremden Bilden? Es wäre nicht das erste Mal. Ist die Braut nicht einfach spitze?